Wuhu! Ahem! Oh mein Gott, stimmt, man darf ja nicht mit VPN spielen! F***! Das ist mein krasses Intro! Was geht? Und willkommen zu einem neuen Video! Äh, ja! Heute finden wir uns das erste Mal seit einer ganzen Weile in einem Ründchen Jump League wieder. Das hat tatsächlich den Grund, dass ich gerade tatsächlich ausnahmsweise mal Lust auf diesen Modus habe. Ähm, das war ja meistens eher nicht so. Jetzt gerade habe ich aber tatsächlich einfach mal Lust, wieder eine Runde hiervon zu zocken. Ich habe nämlich gerade schon zweieinhalb Stunden ARC aufgenommen, weil ich eventuell den alten Zweitkanal dann umbaue, dass ich da auf einmal in der Woche ein ARC-Video mache. Weil ich da momentan sehr viel Gefallen dran finde, PvP zu spielen. Das hatte ich aber heute schon drei, vier Stunden lang PvP-Action aufgenommen. Aber weil ich sonst morgen nichts hochladen kann auf dem Main-Kanal, nehmen wir jetzt ein Ründchen auf, weil ich gerade nicht so Lust auf die anderen Formate habe. Ich habe nämlich zum Beispiel keine Idee, was ich bei Koala, äh, erkundet, das Internet machen soll. Dann muss ich noch schauen, was ich da wieder zusammenkleister. Äh, das Soundpack, das würde ich gerne bald weitermachen. Und eventuell werde ich noch irgendwann meine 1-Block-Skyblock-Map weiterspielen. Weil ich habe ja gesagt, dass das nicht nach drei Folgen enden wird. Ähm, naja, an sich bin ich ja richtig an der Stelle, weil ich nur eine Folge bis jetzt gemacht habe. Und danach nichts mehr. Aber ich will das noch ändern. Ähm, und ja. Sonstig, äh, kann ich jetzt ein bisschen darüber erzählen, was momentan so abgeht. Ähm, ja. Und zwar, äh, geier ich momentan Geld zusammen. Äh, also eigentlich nicht geiern, sondern ich spare einfach. Weil ich möchte mir bald mal eine Loop-Station kaufen, eine richtig teure, also dass ich dann ein bisschen dumme Musik machen kann. Dafür werde ich scheiß viel Geld ausgeben wahrscheinlich, also so 600 Euro oder so, mal gucken. Äh, das werde ich mir aber zum Geburtstag eher dann einrichten. Das heißt, ich kaufe mir das und wünsche mir dann zum Geburtstag einfach Geld, dass ich dann irgendwie bei minus 300 Euro lande am Ende. Ähm, sonstig, ähm, habe ich jetzt vor, bei SD-Karten für meine Kamera zu holen. Ein, äh, Handstativ und ein richtiges Stativ. Äh, mobile Softboxen und, ähm, ja, noch ein gutes Mikrofon und ein paar Lavalier-Mikrofone. Äh, damit ich dann, äh, auch andere Video-Formate mir einfallen lassen kann. Weil momentan bin ich relativ eingeschränkt. Weil ich zwar eine gute Kamera habe, aber kaum Speicher da drauf habe. Das heißt, dass ich nur 20 Minuten Maximum aufnehmen kann, was halt für nichts reicht. Ähm, und ich habe halt auch kein Mikrofon und kein Licht und so, wenn ich aufnehme. Das, äh, habe ich dann vor zu ändern. Und das sind momentan die Pläne. Wenn ich das dann alles zusammen habe, dann, äh, sollte es ordentlich abgehen. Weil dann habe ich absolut viel Freiraum. Ähm, der eine oder andere weiß ja, dass ich, äh, irgendwie momentan so ein bisschen, äh, tief in der Beatbox-Materie eingesunken bin. Und ich habe tatsächlich dann auch vor, einfach ein bisschen Loop-Station, äh, Beatboxen zu lernen. Weil da kannst du halt echt fette Scheiße mitbauen. Ich möchte, äh, die Loop-Station dann nämlich auch verwenden, wenn ich im Livestream zum Beispiel bei einem Ladebildschirm in Arc bin. Weil wenn ich auf meinen Community-Server connecte, dann dauert das gut und gerne mal fast eine halbe Stunde. Und dann könnte ich die halbe Stunde halt mit ein bisschen Freestyle-Schrott, äh, überbrücken. Und, äh, generell habe ich mich da schon seit Ewigkeiten für interessiert, für die Dinger. Aber 600 Euro ist halt viel, ne? 600 Euro für sowas ist halt viel. Ähm, aber ich denke, dass das so das Einzige musikalische ist, für das ich mich begeistern kann. Wunderbar, dann sehen wir uns, äh, in der PvP-Phase wieder. Wie gesagt, ähm, ich habe momentan, äh, ungefähr 1000 Euro Ausgaben in Planung, würde ich mal schätzen. Äh, und bis ich die dann zusammengegeiert habe im Livestream. Oh, fuck. Ey, ich habe das Kopfweb-MAG verkackt. Ähm, bis ich die dann zusammen habe, äh, ja, muss ich halt schauen, wie ich weitermache. Weil manche Formate sind halt aufwendiger, manche weniger aufwendig, aber man hat auch nicht immer Lust auf alles, ne? Zum Beispiel habe ich gerade Lust auf Jump League, aber ich garantiere euch, dass die beiden Leute hier gerade wieder sehr gut auf dem Weg dazu sind, das wieder kaputt zu machen, weil die Team ist tatsächlich auch das erste Mal wieder seit einer ganzen Weile, dass ich spiele. Äh, es hat sich auch mal jemand darüber beschwert, dass ich immer von mir selber so eine hohe Meinung habe, aber real talk. Ich bin ultra zufrieden damit, dass ich einfach trotz dessen, dass ich richtig wenig Minecraft spiele, immer mal wieder eine gute Runde spielen kann. Okay, der Dude ist halt gefährlich, der ist ein richtiger PvP-King. Jetzt werde ich zertimt, danke, ihr Ehrenmänner. Anstatt, dass ihr euch gegenseitig tötet, immer zwei versus eins, das war schon immer normal. Ja, aber genau sowas, weißt du. Eine Runde ist es ja okay, wenn Leute sowas machen, aber wenn du halt zehn Runden aufnehmen musst, wenn du mal gewinnen willst und dann alle so spielen, dann ist das halt nicht so, dass, äh, ne? The Yellow from the Egg und so. Ja, sonstig hat meine Schule wieder angefangen, ne? Ich gehe jetzt wieder bald fünfmal die Schule, äh, fünfmal in der Woche in Corona-Schule. Ah, ja, das, äh, Passivteaming, moin. Ja, also, ähm, es sind nur noch zwei, drei Wochen oder vier Wochen oder irgendwo so. Und dann habe ich eh wieder Sommerferien, dann läuft das Leben eh wieder, ähm, Schnürchen. Äh, und dann werde ich halt schauen, dass ich bis dahin das, äh, ganze Zeug zusammen habe. Ähm, das wird zwar schwierig, tausend Euro einzunehmen, werde ich wohl nicht schaffen. Aber vielleicht, na, 100, 200 Euro wäre schon ganz, ganz nett. Ähm, wenn nicht, dann nicht, aber das ist ungefähr das, was ich versuche. Ich sehe gerade, dass wir verlieren. Die Runde ist vorbei. Ich werde sie aber trotzdem so hochladen, I guess, weil... Keinen Bock, ähm, normal aufzunehmen. Ja, weil wir werden halt von dem einen Dude von hinten die ganze Zeit gefrackt. Oder wir kriegen den Dude. Wir brauchen halt mal eine Regeneration kurz. Okay, perfekt. Das ist, äh, tatsächlich, äh, ein Segen, dass wir den Kill bekommen haben. Das ist sehr gut. Ja, aber ich habe auf jeden Fall viele Pläne, muss ich mal einfach so sagen. Kann ich auch einfach so sagen. Okay, nice. So, wir haben noch einen Gegner, der hat noch zwei Leben, der darf uns jetzt nicht kriegen. Und der sollte auch nicht weglaufen, weil er tatsächlich genauso gut equippt ist wie wir. Pfeile prallen einfach ab an den Gegner. GG. Das war gerade echt komisch. Die Hälfte aller Pfeile einfach abgeprallt, stark. Gameplay, äh, und ja. Wir haben jetzt halt leider ein Problem, ne? Ist halt schwierig, jetzt, äh, wenn ich nicht vollgereikt bin. Ich glaube, ich kletter mal hier diese blöde Leiter hoch, wo ich Leute immer viel verurteile, dass sie das machen. Aber ein Win würde tatsächlich schmecken. Deswegen werde ich das wohl tun. So. Während der nämlich dann runter geht, gehe ich hier hoch. Und jetzt bin ich auch schon fast vollgereckt. Jetzt kann ich eigentlich wieder runter gehen. So. Okay, unser finaler Fight, Leute. Ja, das war auch der... Das, das sollte gewonnen sein. Oh mein Gott, der Low Ground kickt uns unfassbar rein. Ha, doch nicht. Vielleicht zieht sie uns. Weil wir keine Pfeile mehr haben. Das ist das Lucky. Okay, wir haben wieder Pfeile. Ich weiß aber nicht, wo der Gegner hin ist. Oh mein Gott, nein. Nein, das war, das war so smart geplayt. Scheiße. Ja, das ist eine schwitzige Runde hier. Ja, das ist das Problem. Och, komm, der Pfeil hätte aber wirklich hitten können. Ist auch frech. Ja, das wird gleich auf Überraschung gehen. Irgendwo hinter eine Ecke sneaken und dann Combo drücken und gewonnen. So läuft das nämlich in Minecraft. Ja, oh Leute, die haben gewonnen. GG, 13 Kids, zwei Tode. Ist eine okay Runde, ist eine okay Runde. Und ja, das heißt, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich mit einem anderen Format dann. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann. Bis dann, 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 bis dann Bis zum nächsten Mal.